Und damit das letzte Level von der Episode, also von der künstlich angelegten, äh, also von der, wenn man das so will, Episode, äh, äh, äh. Alter, wenn die dann auch schon wieder so krank wird wie die von, von Level 9, dann, 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 dann ist aber Firearm, ja. They are Ray. Brutal. God. Boah, Alter, fängt ja nur lecker aus. Boah, Alter. Boah, was ist denn jetzt? Es fängt genau so an wie jetzt, wie ich aufgehört habe. Leute, ich hab nur einen Hör... Alter, was macht ihr denn hier? Muss ich verarschen? Alter, gar nicht. Kissen halt gar nicht. Fuck off. Geh, Alter. Boah, ሄሴስ ሗለፈሶለባ! Abruke schün! Was ist das? Was ist das? Hallo? Äh... Oh! Äh, nein. Ach, hier bin ich. Okay. Oh, Alter. Das ist doch eher ein Pferd. Ja, du. Oh, Alter. Oh, Alter. Was ist das denn? Da ist was gelbes, haben wir die ganze Karte? So, von hier kommen wir, das heißt, also wir, ach nein, der ist absehend, wir haben keine Karte, okay. Das heißt, wir müssen irgendwo hin, wir müssen irgendwo hin, wo wir so eine Karte haben. Das wäre dann zum Beispiel, zum Beispiel, da kommen wir noch raus, da kommen wir noch runter. Ah, okay, so kommen wir noch mal rein, das sind wir, gut. Wow, hier ist gar nichts, hier ist auch nichts, hier sind wir hier. Oh, hier kommt man nicht rein, ich hole mal was rotes. Ja, ich hole mal eine rote Karte hier. Halt also, da kommt man auch nicht rein. Also hier schon mal, so, dann der nächste Weg wäre dann hier oben, okay. Äh, ja. Ach, hier oben, bei der Brücke. Okay, kann man hier weiter? Oh, ja, kommt dann, okay. Gut. Jetzt fühlst du langsam, ich komme hier nie an, nie, nie an viel. Ne. Das ist jetzt vielleicht ein Problem, wie immer, die Dinger lohnen sich überhaupt nicht, weil nicht vieles lang haben, wie vieles lang haben wird. Ah, doch ein bisschen. Was ist das? Konzentrieren. Schimpfen. Konzentrieren. So. Halleluja. Ok. Ok, eine Karte. Ok. Oh! Ok. Ok. Come on. Ok. 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 Das ist ein Schafnitz. Das ist ein Schafnitz. Das ist einfach schon wieder zu viel. Das ist einfach schon wieder zu viel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh my god. Das war's für heute. Oh, ich bin so lecker. Wo bin ich denn hier? Hier ist der Stempkreis Ach, hier ist eine Leiter! Ah, äh, warte So, ich muss nur gucken, wenn ich die Leiter runter bekomme Okay Ich könnte den nicht endlich haben Ah, klar, wenn man hier drauf ist, kann man hier runterlaufen Ah, hat das Macht Sinn Du, der liegt hier nicht langsam Ich nehme mal das hier Und jetzt geht es hier ab Raus Und zu etwas Gelben Ach so, ja, da unten Hinten etwas Gelben, nein, ich bin hier vollkommen falsch Kommt man hier wieder raus? Ich glaube gar nicht Ah, super, ich bin hier gefangen Gut, gibt es noch einen anderen Ausweg Äh, geradeaus Es geht nur hier raus Nein Ach so, hä, hier ist eine Treppe? Ach, ich habe ihn falsch genommen Okay Okay Diese Maps, die sind so chaotisch, Alter Wie soll ich denn hier zurechtfinden? Wie soll ich denn hier zurechtfinden? Warum sehe ich den Navigator? Hm, da kann ich jetzt noch springen Also so, ich verbrauche seine gesamte Teile wieder damit den Weg zu finden Äh, wo jetzt, wo jetzt, wo jetzt, wo jetzt, da, geradeaus, ja genau Hier, hier runter, und jetzt, da, okay Oha Oha Oha, wo ist denn jetzt hier? Ach, hier eine Treppe Oh, lol Ah, hier ist eine Treppe Oh, lol Ah, hier ist eine das Gleiche Ah, hier ist eine das Gleiche Fitsch Ah, halt, da ist ein Exit Hier sind die Maps Woah Äh So 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 Ja Okay Hab verstanden Na gut Ich geh ins Exit Keine Ahnung, woher noch das ist Also Ich hab, äh Ich glaub, ihr merkt jetzt mittlerweile selbst Ich renne hier mittlerweile einfach nur noch durch die Maps Weil Äh Hier irgendwie von A nach B durchzugehen Ist bei diesem Maps quasi, zumindest für mich jetzt so unmöglich Äh Man wird von Anfang an von einer Seite beschossen Und Ja, es Man weiß immer gar nicht, wo vorne und wo hinten ist Du musst versuchen, äh, du musst versuchen, diese, diese, diese roten, ähm Ähm Gott, wer ist denn jetzt hier? Na hier, wo man jetzt selber zum Monster wird Äh, genau, diese Runen, die musst du mal einsammeln Äh Und dann möglichst schnell von A nach B kommt und dort alle umzubringen Dann musst du sie möglichst schnell umbringen, damit du das möglichst gut einsetzt Und dadurch kommst du so komplett von der Map her durcheinander, du rennst nur noch so rum Äh Ganz schön, ich weiß ja nicht Eiii Das ist ja auch schon wieder so farbig Oh Gott Oh ja, mal schauen, wenn ich irgendwann mal wieder Lust habe Erstmal, wie gesagt, das war jetzt erstmal die 10, die ersten 10 Maps Also quasi das erste, die erste Episode Heißt, also ich werde dann danach erstmal wieder hier oben anfangen Und dann jeweils immer wieder hier von 4, dann da von 4, dann da von 4, dann da von 4 und dann hier von wieder 5 Mal gucken, wie ich es mache Das hier ist auch noch offen und vielleicht wird immer wieder Mindtest oder sowas Mal gucken, morgen vielleicht erstmal wieder mein Klon Äh Und ein bisschen Taktik Äh Wow 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 Vielen Dank.